Das ist der Links, ne? Weil Leben sind. Stingsbonus. Ja, ich... Ich brauche mehr Munition und mehr Leben und mehr Waffen. Bin ich nicht schon standreich, nachdem ich jetzt die Bank überfallen habe? Ich meine... Reicht das noch nicht aus? Mein Ernsthaft, ich habe eine Bank überfallen. Ich habe... Unzählige Bahnen Gold mitgebracht. Mitgenommen. Kann ich ja durchschießen? Ja, geht. Moment. Hab's gleich. Ob das jetzt so eine gute Idee war, lassen wir mal da hingestellt. Das war total ne tolle Idee. Oh, der ist da vorne und nicht da hinten. Der kommt mit einer Rakete von vorne, das mag ich gar nicht. Ich mag's so eher von hinten. In Chats. Sie sind mir ständig einen Arsch ficken wollen, ne? Ach, Schützschild. Ich finde ein neues. Lebt sie immer noch? Ich habe keine Panzerung. Prozession. 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 Menschliches Schild. Schützschild. Schützschild. Der könnte mich mal am Arsch lecken, echt. Wer schickt Panzer aufm Schiff? Aufm Schiff! Ich meine, ich bitte euch. Das gibt doch gar keinen Sinn. Aber sind wir überhaupt gar keinen? Oh, du bist so ein Ding. Und ich fliege voll in deine Rakete rein. Ich habe mal an deiner Rakete gelutscht. Schüße. Ähm, ja. Ich lasse solche Arsch von Witze besser. Warum? Gefällt dir das nicht, wenn man an Raketen... ...nur an Raketen? Ähm, ja. Ich fliege hier mal ganz schnell weg. Geht's da inzwischen weiter? Fast schon ein bisschen. Schnell. Meine Orbitkugeln halten mich ewig. Glaube ich, oder? Nein. Oder haben die eine gewisse Anzahl an Munition? Ich weiß es nicht. Es sagt dir auch niemand was. Airlock. Naja, das machen wir mal lieber zu. Das ist jetzt sonst doch eklig. Ist das denn auch eklig mit, wenn du hier dieses... Ja. Mhm. Hä? Ich sollte mal auf meine Minimap schauen. Mit Tab. Jetzt weiß ich auch nicht mehr. Bäh. Tja. Jetzt geht's nicht weiter. Map zu Ende. Spiel verloren. Du musst leider dieses Display abbrechen. Oh, wie schade. Jammer, jammer. Schade. Ist hier oben noch was? Nein. Hier oben ist nichts mehr, hä? Also, wo muss ich denn lang? Machen die so komische Geräusche? Moment, da kann ich vielleicht noch lang. Oh. Ich hab was gefunden. Ihr könnt mir nichts tun. Ihr könnt mich nicht stoppen. Ich bin nicht zu toppen. Und da kommen immer noch Blitze raus. Gell, Logan? Äh. Hä? Kann ich das zerstören? Stirb, Blitz! Stirb! Nein. Ich kann sterben, ja. Das kann ich. Gut, aber dafür brauch ich jetzt diese Dinger nicht. So, jetzt hat das da hinten aufgehört. Und ein Turm ist erschienen. Und jetzt erscheint ein Panzer, weil Panzer auf Schiffen ist ja immer normal. Kennt man ja. Ihr kennt es nicht aus den ganzen Zweiten Weltkriegsfilmen. Dass Panzer Schiffe verteidigen. Nicht zu vergessen die Artillerie-Station, die noch auf den Schiffen ist und so weiter. Munition. Borrit, Kugel, Dingsbomst. Allradiers von UMAX-Axenzer-Zugang. Unser Deck ist jetzt aufgeschlossen. Ich leg den Schalter um. Ja. Leiser des Beobachtungsfensters deaktiviert. Guck mal, was ich für dich habe, mein Freund. Guck mal, was ich für dich habe, mein... Weniger Freund als der vorherige. Bist du auf? Er schießt zurück. Das ist doch rassistisch. Darf er das? Wow, cool. Oh, nicht so cool. Aber gut, es ist noch mehr, dass du dich haben. Schussschill. Penis. Titten. Weh, ich kann da reinschauen, aber komm nicht rein. Ist ja ein Kristall. Warum lade ich jetzt wieder? Und damit er das Spiel abstürzt. Sehr gute Entscheidung. Gefängnisschiff. Gefängnisschiff, Schatzbank. Was macht denn jetzt die Staatsbank im Gefängnisschiff? Merkwürdig ist das Spiel. Ist ja total komisch. Wer hat denn die Bank jetzt und dieses Schiff gestellt? Ach. Ist doch seltsam hier. Munition. Scheinbar nicht so laut. Der Feind hört mit. Ist doch bekannt. Oh. Lustig Minen. Das waren die Minen. Und ich sarf einfach nochmal ab, weil wegen Baum. Sie bedreht die unteren Decks. Behauptet. Wer? Hä? Du bist doch verschießen, was? Du denkst mir, du bist ganz toller. Was? 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 Ich hab Angst. Ich hasse solche engen Räume. Sowas gab es in Descent wenigstens nicht. Nicht ganz so extrem. Decksbomb. Ah, Stress. Willst du Stress oder was? Geht das war ja nicht. Besatzungssortiere. Steuerbord. Steuerbord ist übrigens da, wo nicht Backbord ist. Ja, ihr seht also, Honk kennt sich voll aus mit Steuerbord und Backbord. Aber wenn ich mich richtig erinnere, war Steuerbord rechts und Backbord linken halten im Moment. Doch ja, passt schon. Ich hab übrigens ein Schutzschild. Das ist um mich rum. Also wenn ein Pirat von Schutzschild spricht, meint er, das ist um mich rum. Um so ein Schiff rum. Ähm. Mir gefällt das Symbol auf diesem Schalter. Deswegen würde ich sagen, ich drück den mal. Zugang zum Eindämmung und verschlossen. Sie haben noch nicht alle von DNS. Ach. Das war Rassismus. Das war nicht, weil ich ein... Keine Ahnung was bin. So eine Art überdimensionierte Pflanze oder sowas. Ich hab mich gerade gewundert, wenn man dann gegen den Zieler fasst. Zeig mal doch, dass da oben noch ein Turm steht. Dingsbomb. Haha. Schüttel. Ging voll schwul. Gibt's denn da lang? Oh. Schießt drunter. Dann schieß ich mal zurück. Haha. Habt ihr gesehen, wie ich zurückgeschossen hab? Betrofft. Schüsstrieb wird jetzt scheinbar die Quelle ab, vor wie wir... die Wasserhörde. Ah, was hat das passiert? Aha. Wo müssen wir denn da hinfliegen und lassen sich abstürzen? Ah, okay. Was? Nein, ich... Ich weiß, wie man das Spiel abstürzen lässt. Das funktioniert sehr gut, muss ich sagen. Ich hab's voll drauf. Oh, ich war ganz unten. Lustige Zufall. Fünf Packets per second set. Was auch immer wieder schluss. Ah, das passiert, sobald ich hier reinfliege. Ach, komm schon. Hallo? Was ist die Hölle? Äh, was? Was können wir denn dann machen? Beide Maschinen... Ah, okay. Bei der Gelegenheit laden wir mal wieder. Was dieses scheiß Rohre hier auch ist, das irritiert mich ein bisschen. Hallo? Kist du aus? Hallo? Ich hab doch... Hallo? Hä? Was zur Hölle? Das kann ich nicht drücken? Hä? Ich versteh's grad nicht. Ich versteh's grad nicht. Ich hab doch... Was ist denn mit dem Falsch? Nur irgendwas! Meck mir doch. Wo sie gerissen werden. Ich hab doch Schild. Wo der Hauptkunde aktiviert werden kann. Okay, das wird schon mal... Okay, jetzt und jetzt. Oh ja, es ist tot. Es ist tot. Was zur Hölle war das denn jetzt? Ach, MRFL. Ja, ganz tot. Jetzt bin ich da ganz da oben. Nee, jetzt bin ich... Wie bin ich denn jetzt? Ach, ich bin da. Nach rechts! Nach rechts muss ich. Ich muss dann auch rechts fliegen. Äh... Müssen wir dann Schild mitnehmen. Nö, was hab ich denn jetzt gemacht? Ich kann was eingesammelt. Das darf ich ja nicht. Ich seh hier wie ein Doom. Oh, guck mal, der Stoßflinde. Ja, mitten im Raum keine Gegner. Die kann ich bestimmt mitnehmen. Oh, dass irgendwas passiert. Oh, jetzt sind plötzlich Gegner gespawnt. Wer hätte denn damit gerechnet? Ich nicht. Vor allem, weil Doom überhaupt nicht dafür bekannt ist, plötzlich Gegner zu spawnen. Ich will jetzt mal sterben. Was ist das Ding? Ach, jetzt seh ich jetzt erst. Na, sehr gut. Aber es kommt ja noch mehr. Oh, wenn der Nachbrenner aktiv ist, dann... ...erzählt sie auch nicht meine... Äh, es ist was? Da fäll' ich auch keine Munition, wenn ich Vollgas losheiz. Es ist was für ein Animator? Na, da geht's nicht rein, oder? Nein. Nein, nein, nein. Aber das sind auch Goldbahnen. Die überraschenderweise Gold... ... äh, Goldbahnen spawnen da hinten. Ups, hab ich dich hier etwa getötet? Das war pure Absicht. Wo geht's denn da hinten hin? Zu deiner Mutter geht's da. Ich blieb's stehen, hatte ich im Moment lang echt Angst. So, fliege ich da lang oder nochmal zurück? Fliege ich da lang. Ah, ah, ihr könnt alle sterben, ihr leblosen Objekte. Dummdi-Dum-Dum-Dum-Dum-Dum-Dum-Dum-Dum-Dum-Dum. Aber ging da oben nicht noch irgendwas auf? Oder habe ich mir das noch eingefüttelt? Upp, aufwärts. Ähm. Ähm. Moment, ich hab's gleich. Fast, so gut wie. Ich bin schon fast da, ne? Also, man könnte sagen, ich weiß, wo ich hin will. Fast. Äh, ich will einen Blitz stehen haben. Ist das da jetzt aufgegangen? Oder habe ich mir das noch eingefüttelt? Hm, ich würde sagen, es ist offen. Okay, dann fliegen wir jetzt. Wir laden. Dann drücken wir eben noch einmal mehr in, damit der Herr zufrieden ist. Glücklich. So geht's da rechts vielleicht noch irgendwo jetzt weiter. Der war wegen Baum. Ja. Hä? Wie soll man hinter mir spawnen? Wir haben voll in den... ...Arsch ficken wollen. Ich bin nicht schwul. Geh zu Dämon. Der mag das. Äh. Ich glaub, der Gegner ist auf der anderen Seite. Sag mir so grad mal ein Gefühl ein bisschen. Jetzt sag mal ein Gefühl, der Gegner ist... ...Wix da. Nix da. Was? Wix da? Ich geb dir gleich Wichse. Deine Mutter ist ein Wichser, ey. Spiegelbomb. Wix da. Hä? Äh, was? Wie? Wo war'n wer? Ach da. Niemand da. Niemand da. Boom! tot! Jetzt ganz vorsichtig. Mal linksen. Rechts ist eine Sackgasse, würde ich sagen. Wir fliegen erst mal. Nee, Moment, hä? Mir ist fast so, als wenn ich hier schon mal gewesen wäre. Aber das muss ich mir einbilden. Äh, was? Wieso? Was halt? Warum? Und überhaupt. Und sowieso. Hier geht's weiter. So sagt ihr mir denn das nicht. Nee, hier geht's. Ah, jetzt hab' ich's gelegt. Ich muss noch weiter da lang. Weiter da lang. Ich find den Weg schon noch. Zwei Monate später. Ich glaub' ich hier lang. Da kann ich noch was in die Luft jagen. Also bin ich hier noch richtig? Hey, geh mal sterben, kleiner. Och, herrlich. Ist mal ein Feuer für mich, Baby. Ist nur so etwas, um dieses Feuer auszuschalten. Den Schalter zum Beispiel. Hab dich ganz doll lieb, Spiel. Ganz doll. Noch so ein Spiel, das ich nie wieder spielen werde. Nicht wieder. Hey, ich war's. Was zur Hölle? Was ist denn da für eine Scheiße? Das hat mich viel mehr interessiert. Warum sind hinter mir plötzlich wieder Bomben aufgetaucht? Wieso tauchen da jetzt Gegner auf? So, alles ist fast schon gut. Wir saufen mal der Gelegenheit mal wieder ab. Wir saufen ab vor allem. Saufen, ja. Ab. Kapiert. Hup! Da ist übrigens ein Gegner, der mit Zielerfassung hat. Der mit Zielerfassung hat. Ja, also keine Zielerfassung, die ein Gegner hat. Nein, das ist... Das ist woanders. Soll das heißen? Vielleicht treffe ich ja den irgendwie. Kann ich das Spiel so ein bisschen gletschen? Nein. Sieht schlecht aus. Oh, stirb! Du unbedeutendes Existenz-Dingsbum. Existenz-Dingsbum. Ich höre sie. Ich höre sie, aber ich sehe sie nicht. Ha-ha! Wie gesehen, meine überragenden Skills. Meine Über-Pro-Skills. Meine Insane-Skills. Ich bin halt nicht so ein Ace-Nude, ne? Oh, ich kann kein Schild mehr tragen, weil ich meine, ohne Skills habe ich jetzt so viel Schild erworben, dass ich nicht mehr tragen kann. Und ich höre es doch nicht. Und irgendwie habe ich gerade einen Frame-Drop, warum auch immer. Einfach mal von 60 auf 20 Runde, weil warum denn nicht? Ist doch immer was Schönes, ne? Ah ja, immerhin besser, als wenn es stehen bleibt. DNA, Baby! Jetzt muss man mal ein DNA in dir haben, Baby. Ja, ich flieg weiter. Die Samen, geh auf. Style-Kammer-Öffnungs-Sequenz eingeleitet. Wollte ich das? Nein! Ich glaube gleich, dass ich das nicht wollte. Äh. Wo öffnet sich da jetzt was? Das heißt, ich kann nicht direkt zerstört werden. Setzen die verschiedenen Waffen erst ein, um dieses... Was? Dieses Bund-Problem zu lösen. Das wäre nicht... Ah, okay. Äh. Äh. Ja, ja, ich bin ja hier schon... Bin gerade ein bisschen abgelöhnt. Äh, spinn ich. Ja, wir gehen gerade hier... Gut, ich brauche andere Waffen. Werde ich wahrscheinlich nie finden, aber egal. Ich setze wahrscheinlich voraus, dass ich irgendwie aus dem letzten... Level komme und... Mit der Waffe dabei habt ihr was Gelbes verschießt. Oder so. Keine Ahnung. Oder Baum. Weil so. Och, nö. Vorsicht beim Schießen. Warum denn? Da ist ja noch einer. Wo auch immer der ist. Fälligungsdeck verschlossen. Sie haben nämlich nicht alles den S-Handel. Ich fände es echt schnieke, wenn du mal sterben würdest. Türm. Danke, Türm. Ich gehe jetzt türmen. Ah. Was zur Hölle? Was pisst du mich denn jetzt schon wieder an? Hä? Was willst du? Was willst du? Guck mal. Ich habe... Ich habe eine Suess-Kanone. Eine Suess-Kanone habe ich. Wer schießt Soße? Wer schießt kräftigen, wenn wir dann überhaupt nicht. Dings kommt. So. Ich habe übrigens Munition. Da ist ein Totenkopf. Äh. Totenkopf. Lachendes Gesicht, meine ich natürlich.